Wir wollen ein Gebet haben, wenn wir an Ewa gehen, dann in die nächste Klasse. Ich freue mich, Sie wollen das Haupteinhaber beten. Wir kommen hier in diesen Ummerksten fertig. Wir danken, Herr, dass wir uns hier noch versammeln dürfen und wir uns mit Ihnen beschaffen. Wir danken Sie, Herr, für die Gute, dass wir das haben, für die Angestellte, dass wir hier dürfen und die Glauben nicht leben. Wir wollen das hier und die Glauben nicht leben, dass wir diese Klasse noch waren, dass wir hier zu Hause haben, dass wir hier zu Hause haben, dass wir uns ermutigt haben, einfach so zu leben, dass wir uns zu Hause haben, dass wir uns zu Hause haben, dass wir uns zu Hause haben. Gut, die Lektion beginnt in Jünburg, in der Karpette, ab 17. Das ist der dritte Aufsteigerung in dem vierten Kapitel, wo wir uns nun wollen, mit Beschaffigenes, von dem Eustand, von den älteren, Kinder, Gesindigen, Herrschaft. So, ich muss sagen, was wir hier in dieser nächsten Stunde lernen können. So, wir fangen hier kurz an, mit der älteren Frau, und der fragt, wer hat den Eustand eingesetzt? So, wie kann das von der so, dort durch Ehen sind, und die Menschen sind befriedigt? Wir haben eine Ehe früh, eine Familie. Wir haben heute mal einen Gedanken gemerkt, über die Ehe, wer das zu Hause gesagt hat, wer das zu Hause bestimmt hat, durch das, was es ist, durch das, was es sein soll. Well, wir haben hier die Frau in den Karkissen, und der fragt uns das, wer auf diesem Ehe stand eingesetzt? Der Antwort sagt, Gott, der Herr selbst, an Adam und Eva im Paradies. So, Gott, er hat bloß Goudet für, mit der Menschheit. Er hat das Goudet für, er meint das Goud, er war aller Paße für die und für mich. So, Gott, er sagt dort, als er den Menschen dort erschaffen hat, dass wir diese Schöpfung nicht sehen, aber Adam wieder allein, der Mond wieder allein. Er hat nicht eine Früh, und er wird keine Früh nicht. Und wir fangen dort an, in 1. Mose, Kapitel 2, durch die Achtchen erfahrt, und Gott, der Herr seht, dass es nicht Goudet, dass der Mensch allein ist. Aber ich meine, das ist, was so erscheint, dass Gott dort sagt, und dass er jemanden mögt, der den Menschen passen würde, und mit dem Taub dem Mond darf ich durch das Leben gehen. Er sagt, ich will eine Hilfe mehr, die um ihm sein. Der Romer hat es, die so ihm passt, eine andere Übersetzung. Er sagt, wenn ich schreien, wenn ich wohin dort gehe, wenn ich noch ein paar vor der Ferne, und bloß hier im Raum, er gleicht, was meine Freunde mit ist. Ich habe ihn hier bei mir. Wenn ich in der Arbeit gehe, dann kann ich dort auch sein, wenn es da ist. So ist es wie meine. Wir meinen, wie die gleichen dort, wenn es der Romer ist, wenn es der Besiedler ist, wenn es ein bisschen bifuten wird, mit der Hauptsitzung wird, und so weiter. Und dort sagt Gott dort, dass ich den Menschen einige helfen möchte, die dann Romer am sein können, die dann mit am Tauben sein können, und so weiter. Und jetzt sagt es, die nächste Frage, für diese Ursache wurden nun Papa und Mama verloren und an seine Früh hängen. Und sie wurden sein Fleisch. Ganz schön. Das hat Gott geplant. Die Eltern, sie haben Familie, sie treten sie ab. Aber wenn sie gerade sind, dann hat ein Mann ein Verlangen nur das andere geschlagen, nur dem anderen Partner. So hat Gott dann gewollt nicht. Hier ist eine Geschichte, wo ein Vorher, er hat nicht eine gute Arbeit, er ist nicht glücklich. Und heute war ich mit seinen Jungen dort, wie war ich von der Stadt, und er lernt seine Jungen dort nicht, dort zu früh zu sein. und er hat seine Jungen dort von Wachhöln, dadurch sie nicht abends noch befrieren wurden. Das hielt er für jeden, die Jungen wussten ab, und sie sind groß, und einer fällt an, was von der Stadt. Und er fuhrt nur in der Stadt, und er nimmt einen von diesen Jungen mit. Und das Jungen, wo er sitzt dort, wo er läuft, wie sieht er dort. Er sind viele Menschen, er sieht alles. Dann fragt er, Daddy, wo ist die Jungen? Wo sind die Jungen? Was ist die Jungen? Was ist die Jungen? Und er fragt, wo ist die Jungen? Ach, sagte er, das sind die Jungen. Das sind die Jungen. Dann fragt er, kann ich einen von dir? Kann ich einen von den Jungen? Sag ich, da ist etwas in uns, in dem Morgen, wo ein Verlangen ist, nur das andere Geschlecht, nur das Früh. Das ist das Reiches dort, am Gedret, wie das Früh das erste Luxus dort. Das ist das Reich, das hat Gott geplant, und Gott hat sich dort gemerkt. Und dann sag ich, da werden diese beiden nicht befrieden, da werden sie Mama und Papa verlassen, und sie werden ein Fleisch sein, sie werden ihnen ein Heim bilden, und sie werden ihnen weich gehen. Mit dem Rot von den Eltern und so wieder werden sie leben, aber das reicht, das ist biblisch, wenn so ein Koppel dann die Eltern dann verlassen, und ihnen ihnen weich umfangen wird, ihnen heim. Wenn ihr das an euch steht, den können diese Lieder auch mit Rüten nehmen, in dem Paradies. Also alle Taubere in der dort, die Gemeinschaft ging kaputt mit Gott, sie müssten Rüten in dem Garten gehen, in dem Paradies, aber das wird den Menschen nicht genommen. Der Mond wird die Früh nicht weich genommen, weil sie nicht abgepasst haben, dass sie nicht dort von der Frucht ehrten. Er hat ihre Versachen auf Umführung, aber sie schickt auch, und sie haben dann von der Frucht, die sie dann auch in den Ort fanden. Aber Gott sei Dank, der euch hätte es geblieben, wenn sie in den Paradies gingen, aber Gott hat ihn danach nicht in die Stärke gelogen, sondern sie wollen auch, dass sie so fruchtbar sein sollen, dass sie sich vermehren sollen, dass sie die Ehr fällen sollen, die Ehr sich unternehmen sollen und so wieder. Hier haben wir dann ein paar Bilder. Ich weiß nicht, ihr habt das irgendwo ein schmackes Bild aus einer Familie, die glücklich ist? Dort können wir sie meist nicht und so ziehen. Das ist ein sehr schmackes Bild, weil es immer einer, der sich dann auch so froh zu sein. Sie haben dort dem Widersacher erlaubt, in ihre Eier, Träubels zu nennen zu bringen, die Eier zu werden. Nun sehen sie sich auch, nur so eine Eier. Wenn ihr das an so sehr, so sehr gute Bilder, was die Schafslieder brücken, dann von denen, zum Beispiel, wenn sie in den Zwemingpool verkehrten. Das ist ein Zwemingpool, wo ihr in den Samst, oder in der Wohnung steht, noch köpfen könnt. Seid ihr nicht ein Familienbildbogen? Was hat glaube ich, so ein schmackes Familienbildbogen? Das lässt ihr den Hund noch besitzt, wenn sie in den Femingpools und auch das rein schaft. Was machen sie dort? Weißt du, dass es ein sehr schmackes Bild ist? Und dort, dort enthaupt ihr Produkt dann wieder zu verkaufen. Woran? Weißt du, wenn die Mama und Papa dann sich das Ding anschauen, dann würden sie sagen, wow, wenn wir uns das Ding anschauen, dann würden wir auch so schaftig sein, und das ist dann durch das Bild. Und dann geben sie Geld und schäuben und solche Dinge, wenn sie sich dann so schmacken, wenn sie sich dann so schmacken, dass sie nicht dort glücklich sind. Sondern, da fehlt der Sinn, der mit dem Leben eingekommen ist, der durch den Stich, der ihm fehlt, diese Versäunung mit den Porten und so wieder. Dort fehlt der Ordnung, und dann können sie auch glücklich sein, ohne dass sie so ein Ding würden halten. Wenn sie einmal in der Familie, wo es glücklich ist, dort ist ein Getrag. in einem Restaurant, im Park, wo es in der Familie ist, wo es glücklich ist, wo man dann nicht sich und solche in holen. Wieder hieß es das, wo man euch und für wen hat Gott im Ehre gestern angesagt? Wir haben gesagt, wir haben dort ein Kind im Paradies, am Anfang von der Schöpfung der Welt. Dort ist, wo Gott euch anser anleit. So wie es kann es sein, das ist eine Schöpfungsordnung, eine Schöpfungsordnung von Anfang an. Das ist angesagt für ein Morgen und für eine Früh. Viel Weiberei ist nicht in Gott seinem Plan. Dort ein Morgen mehr aus einem Frühhof ist nicht Gott gewollt, sondern ein Morgen und eine Früh. Wir haben eine gute Bischwelle davon in der Bibel. Die Bibel, die ihr nicht versteht, was passiert ist, dort kommt, dass es dort eine Bibel nennt, was an uns aus einer Wohnung soll sein. Und für uns soll innerhalb der Dinge reichen werden, was er dann reichen worden ist. Aber hier haben wir in Salomon, ein sehr weiser König. Ein sehr weiser König, 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 ein sehr weiser König. Weil er hat nur diese göttliche Weisheit gefragt, Gott sei ein Volk unterleiden, wenn er heute ein Rektum freut. Aber er hat ein Verständnis gehört, und er fragt, dass Gott gefährlich wird, und er hat seinen Säuern. Aber diesmal hat er ein Problem. Und was ist ein Problem? Wie kann sein, ein frühes Problem. Der Salomon hat ein frühes Problem. Gott hat auch verarmt, dass er sich befrieren kann, und seine Familie hat sie wieder. Aber das Salomon hat er nicht zufrieden mit der einen Früh. Sondern er nimmt eine, und er hat noch eine. Und noch eine, und so ging das an. Und dann sagt er hier, er hat 700 fürstliche Frühs, 300 Nebenfrühs. Und dann sagt er, die erste Part von diesem Fall, in seiner Haltung mit Läub und dieser Früh. Das wird ihm schön gehen. Das wird er gleich in der Zeit. Aber heute, wo er das nächste Part sein wird. Und seine Frühs verleiden sie ihn heute. Seine Frühs. Hier ist der Könige auf. Guck mal, das wäre es der Mann. Der Wort verleht. Der kommt auf vom Herrn. Und der Fall ist, woran? Weil Gott nicht gehorsam wird in dieser Sache, dass er mit der einen Früh bleibt. Und dass er ein Verlangen noch mehr und mehr Frühs hat. So eine Heimel, das ist nicht in Gottes Ordnung. Gott hat euch für einen Morgen in einer Früh geplant. Nicht für einen Morgen, nicht für einen anderen Morgen. Aber für eine Früh, für eine andere Früh. Das nicht Gott ihn geplant. Gott hat er auch für Gläubige angesagt. Aber er hat er auch für Angläubige angesagt. Heute mal habe ich gedacht, Kinder Gottes dürfen sich befrieren. Und das scheint, das sei ja wichtig, dass Jugendliche das im Herrn er euch anfangen. Dass sie dir überbeten und dass sie seinen Partner nehmen, was Gott für einen geplant hat. Aber er hat euch auch angesagt für die Menschen von dieser Welt. Der von Gott nicht will. Das ist ja wichtig, dass er euch auch ist. Der von Gott, der euch im christlichen Glauben angefangen hat. Der euch soll dann durch Gottes Blut gelebt werden. Und er hat Gottes Sehnungen erfunden, die erfreuen, die erfreuen, die erfreuen, die erfreuen, die erfreuen hat, für ihr Leben. Warum hat Gott den Herrn euch angesagt? Der Wort. Weil einmal, er sagt er dort, Was ist er? Er sagt, 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 er ist allein, er hat keinen Sinnesgleichen. Wir haben erst vermerkt, dass es bloß der Mensch, der noch gar das Bild geschaffen hat, und dass es bloß der Mensch, der reden kann. Okay, so nun sagt er, dem fehlt auch jemand, mit dem die Gemeinschaft haben kann, mit dem die sich unterhauen kann und so wieder. So, dass es nicht gut geht, dass die Menschen allein sind, seien es dort wird, und das Nächste um Ordnung zu halten. Hier ist der Korinther, das 7. Kapitel, das ist ein Kapitel, wo ich gleich noch um heute zu lesen und dann dort abbrechen. Dort kriegt er eure Lieder geschrieben, ein sehr, sehr passendet Kapitel. Der Apostel Paul ist, wenn ich ein Wort von der Tätik kriege, durch die Wahrheit sein, wobei sage ich, dass es gut für den Mann, weil ich keine Früh nicht anschauen würde, weil er sich gar nicht in der Früh würde nehmen. Aber, wer es dort, der Mensch hat, der es so gemerkt, dort ein Verlangen hat, nur das andere Geschlecht, und nicht alle können ihre Wellen die Kontrolle und die Wahrheit schieben, dass sie sich nicht würden befrieren. Da sage ich, einer, der kann, einer, der will, das Gott will, der kann sein ganzes Leben an Gott weihen. Einer, der sich befrieren wird in der Familie, der ist verantwortlich für seine Früh, der ist verantwortlich für seine Kinder, der ist verantwortlich, dass er ein Haus ist, dass er eine Schule ist, dass er ein Eten ist, er muss viel Zeit tun haben, um das zu verdienen. Einer, der sich nicht befriert, der ist bloß für sich verantwortlich. Der kann irgendwo nach der Stube, nach dem Haus wohnen, und er kann vor dem Herrn an der Arbeit sein. Aber da wird das andere, das ist das andere, das Verlangen, nur das nächste Geschlecht. Wie sage ich das so? Um Ordnung zu halten, um die Hörerie zu vermeiden, sage ich das später, nehm jeder eine Sinne früh, jeder früh am Mond, in der Weg, der wir auch in dieser Hinsicht haben, erfrieren, geloten sind und froh und glücklich sind. Um Ordnung zu halten. Eigentlich ist es mehr, wo er das Wort in der Nacht durch war. Und um uns zu verfreien, für uns zum Glück, in dem Sehen, hast du euch angesagt. Um ein Ohne zu gestalten, bieten wir uns zu halten, in ein Ohne zu ergänzen. Sie können jenseitig zu erfreien. Krieg 3, Nöchste Korinther 7, der wir in der Verschung an Luther, das wird dann nur lesen, weil wir ihn nicht nennen, gar nicht. Der Ohne, der soll eine Art du zu dir sein, aber das war uns jenseitig, leuven, in glücklich machen. Nicht bloß verlangen, dass ihr nichts an mich glücklich macht, sondern ich habe ein Verlangen, meinen Ohne-Partner glücklich zu merken. Und wenn ihr wollt, eine gute Ohne. Da wird dann auch mal gesagt, eine gute glücklich Ohne ist ein Vorschmack von dem Himmel. So schön. Naja, bloß ein Vorschmack. Was scheint, dass im Himmel sein wird, ich habe uns gleich verstanden. Wenn es, ich denke, es wird viel schöner sein, als was wir uns über Herbst haben können, deutlich machen. Viel, viel, viel schöner. Ich habe mir das menschliche Verstand gar nicht verstanden. Aber, so wie das Bild, ich soll sagen, von diesem Lied, eine glücklichere Ohne ist sehr, sehr, sehr Schmack, und da ist auch sehr schein, dass es in groter Serien in uns dort leben, zu dürfen. Der Ohne ist auch nur am Taub zu kämpfen. Am Taub zu kämpfen. So wie? Durch den Morgen, durch die Früh, und wenn sie noch verbunden sind mit Gott, eine dreifache Schnur, der nicht leicht und schwer sein wird mit Gott. Sächer, färreweich kann sie kommen. Und der Ohne ist, die Eise hat, um Kinder zu zeugen, um sich zu vermeiden. Gott, er will nicht immer weiter, in immer weiter raufkommen, um hier von Blatt, den Menschen mehr, und so ist ja auch, er merkt, und neben dem Leben in Oden püsten. Er will nicht immer raufkommen, für jeder Früh, in den Morgen einen Raben nehmen, und dann dürfen eine Früh büren. Er will das einmal tun. Und dann wird das so, dass sich das dann so automatisch vermeiden. wird ein Morgen und eine Früh sich befrieren würden und gemeinsam dann würden keine hauen. Am Taub der Familie dann abgetragen, wann Gott ernt, dass die Familie schenkt, dass es für Fing in Pesalmen. Dort ein Geschenk von Gott. Das ist ja nicht ein Schmucketbild, wo die Mami und der Daddy sitzen, mit einem kleinen Kind, einem kleinen Meier, Taub, Begeber sein, Taub, die Bibel zu Geschichten betrachten, und so weiter, was ja so herrlich ist. Der Herr, das ist nicht bloß für die jungen Lieder, bis die jungen Lieder sich dann erfrieren dürfen, sondern wird eine ähle Däau. Jemand, der fragt, er hat seine Großpappe, wo er möglich ist, dass er nur 60 Jahre wird, wie er so befriert, dass er dann noch glücklich sein kann. Das können sie nicht verstehen. Weil es der Euren von der Dach, der berührt um erst von zwei, um erst von sie neun, und sie wieder auch, sagt die Großpappe sagt da, wenn es immer, wenn etwas verging, wir wieder perden dort. Ich kann noch sagen, wenn wir Trübel haben, wir uns gegenseitig vergeben, wir veringen uns und gehen von ihr wieder. Von dem ersten Tag wird stärken geblieben. Trübels kommen in euch. Satan ist an ohrwert. Er versuchte zu stiellen, zu vernichten. Und dann waren noch Trübel ein paar, weil nicht mehr zu handeln. Und dann schmieden sie weg. Oder lachen den Partner an. Das schafft mich. Ich sage, das wird nicht so. Wir reparieren, fixen. Und von dem sind wir taub und gelecklich. zu machen. das nicht. Das was soll man sich rechnen, wenn einen Partner wählen hat? Wir haben hier noch Jugendliche. Das ist besonders für Jungen. Wir sind auch befrieden. Aber für uns, wir haben Kenia, und an die Kenia fehlt dann manchmal ein Rot, und ich habe auch ein feiner Rot entgegeben. Nur wozu wollen Sie rechnen, wenn man nur einen eigenen Partner sehen wird? Weil einmal nur Gottes will. Da hat nur Gottes will gesagt. Da hat nur einen Partner gesagt, der im Gehorsam leben wird, der im selben Glaubenhaft in Eichhase zu sein. Da hat es nur, was er kicken soll. Christen sollen unge Christen nur in Eichhase sehen. Ein Christ soll nicht in der Welt, wo er nur in Eichhase sehen, sondern er soll manche Christen nur in Eichhase sehen. Und das Gottes will, er ruft uns auch ab, dass wir wager sein sollen, nicht in der Verwandtschaft, in der Familie. Das ist nicht gut. Das kann verschiedenste schlimme Folgen mit sich bringen, wenn die Familie sich befreien. Ich traue dich in der Freundschaft. Du kannst nur lesen von 3. Mose 8 hier, in den 20. Kapiteln und so weiter. Man soll nur den Charakter checken. Wo hat mein nächster, das ist ein Partner, mit dem ich check, wo hat der für einen Charakter? Passt euch taubt mit denen? Aber es ist auch wahnsinnig, unseren Charakter zu arbeiten, es ist auch wahnsinnig, den loszuluten. Was ist das für eine Person, wofür ich mich interessierend auch? Wichtig ist, um nur den seltenen Interessen zu checken, die Verschiebenheiten, kann euer Problem für ihr sagen. Einer will vielleicht Schaulehrer sein, in der anderen will Forma sein. Das passt nicht so gut taub aus, wenn der Jung in Forma ist, in der optimalen Forma ist, und wenn sie beide ein Ziel haben, Forma sein. Das passt nicht so gut, wenn die Jung in Schaulehrer ist, und die mehrjährige Lehrerin ist, wenn sie in der Hinsicht haben, dass sie ein Ziel haben. Viermal ist es so, dass andere Personen, die haben ein Verlangen, ein Missionsdienst zu tun, so ein Missionsfeld zu tun. Was wir für das, dass ein Verlangen auf ein Missionsfeld zu tun, ist ganz wichtig, dass es nur einen Partner auch dort interessiert, was auch ein Verlangen hat, ein Missionsdienst zu tun, so ein Missionsfeld zu tun. So viel ausmählich, auch nur Kicken, dort werden die selten Stufen von Studium in Erkenntnis haben. Naja, es wird auch verschieden über so eine Sache ausgedacht. Einmal würde ich so gut denken, man soll auch nur Kicken, dort werden die selten in den Rang werden, charakteristisch bei mit Jalz, dort nicht ein so ein Armer, wie ein ganz reingestellten Partner sehen, oder am gedreht, sondern dort wird ihr nur uns das Gleiche nicht. Da wird viel, viele Probleme verbeginn. Wir kommen dann eben noch an die nächste Frau. Und die fragt uns, welche Personen mögen in den Ehestand treten? Gott, wir haben gesehen, der Ehe ist auch gesagt, von Gott. Das Gott, die fragt uns hier, wo eine Person darf dann nie in Ehestand treten? Weil einmal der Antwort sagt hier, die nicht tödlich wie im Geblüt und die eines gleichen Glaubens sind. So einmal, die nicht tödlich in der Freundschaft sind, in der einem selten Glauben haben. Das ist ganz wichtig. Wenn so ein Po dann ist befried ist, dann sagen sie, dass sie ein noch da zerlats dort eine Frühe am Gebär der Kräcks und Mohn der erst gebungen an den Portner solange ihr Leben wird. Kapitel 9, Verschwief, nur redet von, habe ich nicht auch mag, eine Sester zu der Früh mit Ramm zu führen, so ist der andere Apostel und das Herrn Bruder und Kepfers. So sie werden nicht befrüht und sie fragen, wo bin ich auch der Reich an? Weil das Reich hat sie. Das Reich hat sie von jedem ein, der will. Was kann die Folgen von einer Eheschließung im Verwandtskreis sein? Was kann man sich bringen, wenn Leben nicht nur beobachten werden, dass sich manche Familien befrühen. Weil es anormale Kinder geboren wurden, es beschädigt auch immer klug sein. Das ist ein Ding, was nicht gut ist, wenn das passiert. Aber so fehlermals, leufe merkt blind. So fehlermals, wenn einer sich mit wem verläuft hat, nur dem an Wort, ich habe eine Freundschaft mit diesem, dann ist nicht schwierig, so Wort ab zu geben, das Liebesverhältnis. Das ist nicht toll, wie es verläuft, da kann mal mit einer Spazierfahre, befried werden, in Maut gemerkt, aber nein, da wird alle tehlut, sie können das nicht abgeben, oder sie wollen das nicht. Schlimmer folgen, da können Tänja geben, der normal sein, oder immer klug sein, wenn ich das nicht tun, wir wollen nicht hin gehen, aber das lohnt sich ab zu posten, und das sagt hier, da kann eine verdorben Gesellschaft geben, und das Doktor schien an sich jähnt, man an zu nennen so das zähl moin, dort ist so zähl moin, dort diese Kinder geboren sind und an sie Gesellschaft sind und von dieser Ursache dann behindert oder über klug sind. Hierzu wird dann gleich ein Po wie sein und an zu älterin. An zu älterin eine Verantwortung an die Kinder du mit bekommst und wohnt in der Freundschaft ist. Und auch wenn die auch schon da habe ich mehr sind dort das Familiestrafen ist. Da haben immer ein grob Verstand Taubkundes diese Erde befrieden jahre befrieden und grob und irgrob und taubkundes ist. Zum Beispiel Rampelstrafen nicht? Rampelstrafen den Mordstrafen verschiedenste Trafens ist von der Däuse und sei behauptlich am so dass das fährt to be. Wenn du sei oh das ist meine Freundschaft nicht? Wenn er und gedacht habe nicht. Wir gehen hier dann wieder. Jetzt sage ich dir, warum soll euch die glückliche Glaubensrechnung haben? Weil einmal im religiösen Leben Kindererziehung Taufe Abendmahl Gemeinde Nachfolge Jesu Glaubensrechnung Glaubensrechnung Wenn die in dieser Hinsicht haben das selbe Ziel haben Wenn alle Bär das selbe bestreben haben in diesem religiösen Ding wird für viele Probleme beschützen gleich in der Kindererziehung Und wir denken zwischen uns Mennoniten in der Spanische Welt wo die Katholiken sind Wie sind gewarnt in wie verstohen die Bibel so dass jemand wird wie gerade ab dem Glauben getauft worden Und über die Katholiken Welt werden die Kinder getauft worden So von dem wenn Jugendliche vielmals glücklich und was alles nicht Ich will bloß was andere als was normal ist Leben in ihrem Sinn und dann friehen sie sich seinen Partner dort Was passiert wenn ihr Kinder haben Du ab einmal fangt ein Problem zu geben Wer ist so glücklich ich aus jungen gelebt habe er dem Jahr Wann dort ist kommt dort er Baby nie soll getauft worden Dann sagen sie so habe das nicht Das ist nicht Das ist ein Gott was sie gelehrt haben von Klin und dort ab dem Glauben getauft worden dort er Port er Baby war getauft dann fangen sich unter wehren Oder mit keine Abtreibung ins Wider So das ist ein Ding wo sie nicht über denken will wo sie ist nicht am Ramm jagen was nie über Problem für ihr sagt du wehren es ist wichtig dort man dort seien sie haf in seien religion haf so im christlichen Glauben nämlich Gott dort hat die Welt und uns Heiland ist nämlich auch der Heilige Geist hat uns in alle Wort lebt und Gottes Stell vertreib ihr ist wenn ein Glauben Glauben ist Gott der Eure Partner in die selbst Glaubens Richtung zu siegen noch einmal wer ist dem Glaubens zu haben all das Ding nicht zu beginnen ist Gott siegt den Partner in Gesellschaft schaff wenn euren verschiedenste Glauben sind als die Vor geraten für Konflikte so ihr noch davon wir kommen dann an den nächsten Punkt der Dratina der fragt uns mögen die Leute auch wieder geschieden werden also dann mehlig wenn ich mich glückältig befried habe ich habe mich auch geschmert und wollte mir Schäden und eine Frasche nehmen das ist der Rühm für die Welt ist der Rühm ab dem Bruder war ich der Rühm du hast alles Rühm aber nicht von der Bibel her die Bibel erlaubt uns nicht und sagt die Tiere sie sollen nicht geschieden werden es sei denn im Hörerei willen im Ehebruch so in euch der Dorf nicht geschehen worden wo man einmal Gott hat gefeucht hat so blieben nicht so Gott der dort schäden hat und sagt Matthäus fieft vorhin da dich ich über seien wer sich von eine frühe schäde es sei denn um Ehebruch der macht dass sie die Ehe bricht und wer eine abgeschiedene freut der bricht die Ehe schäden in 1. Korinther 7 die Ehebruch nicht ich sondern der Herr dass sich das Weib nicht scheide von dem Mann das einfach biblisch dort diese Scheidung nicht passieren wird so 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 die Bibel über die Scheidung in Wahrer heirat einmal wird Gott taub gefügt hat soll den Menschen nicht schäden sondern soll taub leben naja das sagt er ist dann im Hörerei will hat wir hier gelesen wir würden durch keine schöpfchen von reden wir wollen es nicht hinnehmen wenn ein antrie wird wird sich das hier verstehen er kann dann für sich ein Pott leben aber nicht wahrer heiraten nicht frech befrieren so du sagst er ist dann im Hörerei will wir wollen nicht daub nicht nennen gehen und dann zeigt er wer eine geschiedene freut der bricht die er he so jemand der noch befriert ist und du möchtest befrieren wenn du hast jemand der interessiert aber der Trübel ist der befriert bloß der lebt nicht im Pott nach taub und der lebt dort noch so wenn so eine Person frieren hat der bereikt auch die he so die Bibel anzulieren so wo fängt das an oder wo sie kommen Menschen die haben so die Schäden lagen weil einmal Beschuldigung das hier in dem Bild sein nicht keiner will hier arrech sein dort ist hier immer der andere die frühe foltert uns der morn und der morn foltert uns der frühe und so jaffnet dann so eine Trenung Femals dann nimmt der früh die Kenia der kommt kommt allein zu tun nächstes mal ist dann der morn wo die Kenia nimmt und der frühe kommt allein zu tun nach andre mal wenn ein paar Kenia sind dann nimmt der morn jungen und die frühe die Scheidung für ihr sagt doch eine große Wun eine Verlassung ändert von der Person aber das ist was Gottes geflogen ist und das was satan schoffen hat woran will es nicht an seien wenn Lied lecklich sind und du wegen seht du wot man te krieren du wegen seht du Lied sich nicht verstohen dass sie nicht vergeben dass sie sich jachten und so wieder und diese Scheidung soll stattfangen weil sie kann nicht an seien wenn Lied lecklich im Herrn sind wir kommen dann an die nächste Frau der vierte wie sollen sich Eheleute gegen ein andere verhalten so wo sollen sich eure Lieder verhauen weil einmal die Männer sollen ihre Frauen lieben als ihre eigenen Leiber und die Frauen sollen ihren Männer unter sein was passieren würde ich weiß nicht wo ihr trübelst wir von ihr haben wenn das eingehen wird und was gesagt man läuft jene früh und was meint das was meint das wenn die Bibel sagt dass wir an sie früh laufen sollen weil das meint das eigentlich jeder kleine Fehler was merkt in viel was nicht muss sein mehr was ich selbst gemerkt habe ob arsch schüben arbeschuldig in ar was schüben da sondern ich soll er leben dass ich mich selbst leben da dass ich in einer Karp leben da Gott der Herr weiß dort dort Männer in diese Versich würden kommen dort sie früherst nicht leben würden und du wirst haben das ganz vierten Lohn in der Herr geschreif abschrieben wenn Männer abgefahren wurden an so früh zu leben an so früh zu leben und nicht bett jene waren und so wieder Epheser 5 22 du sagst die Weiber seien untertan ihren Männern als dem Herrn dass ihr den Mond je worden verab jät der Hauptum wurde unter Läden und so wieder heute auf der Vorm wurde der Früh zu leben und eine sächere Städte geben und Geborgenheit beugen Schutz beugen und so wieder in die früh ab und untertan einfach das ohne ja mein Mond ist immer mir mein Mond sagt das letzte und ich respekt das ich nehme das an ich ihr habe ich unerkannt habe also sollen auch die Männer ihre Weiber lieben wie ihr eigener Leib wer sein weit liebt der liebt sich selbst so so habe ich ab unter steht den fahrer wo das dann seien dann wo soll das verhältnis sein weil einmal lieblich und unständig der euch soll ein Abbild von Jesus in die Gemeinde sein der erklärt uns dort das ist ein großes Geheimnis der euch soll ein Abbild von Jesus in die Gemeinde sein und da das kreik wo Satan so tobt euren twert mir an am dort das Bild so schmack und rütt dach so dass Jesus sich für die Gemeinde hand geeft hat so soll auch der man sich für die früh hand geben aber was denke man wo würde es sein wenn du spazierst hier und du kommst in das Haus ein rätes zweck und der Gardine werfelt ist dort alles ist dies da wo du dann will je sein honey was du mal fern go nantje in so es alles safe ist wenn alle sache ist dann walt die nant kommen kläb ja das ist unsere abgave die die früh unter leiden und sich dort nicht fort zu geben kläb nicht gleich einmal wo das stot da ne sondern wird selbst koh und das seine verantwortung sein oder safe ist für sin frü so wie jesus ungerund sind so sollen die früheste dämon ungerund sein wo du ansich verständnis und leib in der reich ist du schenkt gott ein schöner euer leben so wenn wir von ansport dann wird Gott ihr sehen abgeben wenn das dreieck du es gott dämon in der früh in die sind verbunden dort eine seier seier stark wir kommen dann eben ans nächste kapitel vier punkt hier von der familie in dem gesinnt das ist was sollen die eltern an ihren kindern tun weil die antwort ist sie sollen ihre kinder aufziehen in der zucht und vermahnung zum herren so wir seien dort nicht einmal aber wenn ein jungen koppel sich befried dass ihr kohlein hat sein kind und sein noch eind sein boot in seine familie die fragt uns die was sollen diese eltern die und ihre kinder tun sollen sie losluten und sich selbst übergeben oder haben seine verantwortung das sagt das gott das so sie hat eine verantwortung die kinder ab zu treten in der zucht und vermanung zum herren das ganz wichtig juck dass die feier sein hat und ihr vater reizt eure kinder nicht zum so sondern zieht sie auf in der vermahnung zum herren wir sagen manchmal dass sein vater man der jährt so ah schein die klinik ist der trotz nicht der klinik ist so rein doll in roh in schlun und so wieder und der papa er jahrt sich dann bloß den jahrt schein der fräht sich in der trotz und sagt das gottes wurde doch nicht rät die klinik nicht zum sagen und da bleibt nicht bloß du bist clean sondern vater doch wenn die jungen in jungen kommen auch du sind manchmal selber als vater nicht sehr versächtig in der stelle wenn die Kinder schreck halten dann oja wird das was du woll doch nicht stut an für die lehrt dem herrn lehven lehrt dem herrn gehorsam sein nicht allein mit wir sondern mit unseren du in dem wir vorab gehen und das selbst tun so noch einmal sind die Pflichten von den älteren ihrer Kinder gehen weil unsere älteren ihre Pflicht ist unsere Kinder zu leben ich wundere wenn ich jemand würde fragen wer von jungen hat diese Leib gefäult aus hier was das können sehr verschieden sein hier ist das dann die nicht ohne als die sicherste wach dem wir an die Kinder wiesen können Jesus zu leben und für Jesus zu leben älteren sollen sich in dieser Erziehung einig sein das ist als älteren haben die verantwortung nur mehr in Heimel sein schlechte Erziehung schütt die Kinder die Familie die Schule die Gemeinde in der Gesellschaft wenn wir nicht unsere Verantwortung tun wenn wir nicht an die Kinder reich leben dort in der Schule haben Probleme mit der Kinder Wenn sie in die Jugend kommen in die Gesellschaft kommen in die Gemeinden kommen im Land und so wieder dort hat Folgen und merkt ein Unterschied wo ich die Kinder abtreten da Eine gute Erziehung kommt durch Straf mit der Rote mit dem Welt über die Leib Wir tun es hier nicht die Rache erstrufen sondern die Leib Glück Gelt oder der Rote der Welt die oehen ist dort ist was uns Kinder schulen können ein Kind brügt über ein Klor und ein Klor nicht und das meine Verantwortung kann das leeren älter heute wird die Osmana aber wir haben die Verantwortung an sie können ein christliches Leben vertre leben weil du hast neue Klor bänen bänen aus bloß in fehl ermahnung ich ganz kurz vertellen eine Geschichte hier ist eine Mama die hat so unbewusster jung und das klingelt gleich Säure Schock kennen und alle Sorten neun nach dann kam neun Seelsorger wo ich nicht wohnt um uns neun Wäser Mohn im Darp und sie fragt nur Haupt und dann sagt das Mohn gut war ich von der hat nicht rot aber kommt zwei weg wieder drei und seit zwei weg wieder drei kommt dann sagt das Wäser Mohn sagt das Jung Jung Ich war an dieses Ab hier mit so viel Säuten und die die Schuhen verdienen Tän und den Benehmen und alles die Karp und erklärt es nicht gut wenn so viel Salz er hat dauert Lohn das klingt dem Schrocken an in Sekunden an Nostradanisch in der Stunde fragte früh da wo ich die zwei weg drei haben kann sein nicht weil ich da zwei weg drei und dann oder ich so viel Säutet Wurde nicht Geld wie für mich Niemals sagt mir dass ihr Salz auf sein und nie ho autorität nie ho ein Reich mein Kind Wurde sein Was doch nicht für Antwort schafft Der Papa schmied und weil die Kinder nicht mehr dringt weil die Kinder nicht dringt ist anabrechtig und weil die Kinder nicht anabrechtig sein Du hast lang nicht so Papa diese Dinge nicht dät und dann das Kind sagt das nicht Jetzt wir als Eltern haben eine Verunfütung Jesus hier läuft Kinder in der Welt dort die Kinder auch noch ankommen Kinder haben ihre Pflichten der Eltern gehen immer wo diese Eltern dann leben sollen und wenn sie alle wollen nicht dünnen gehen So saß eine Frau die fragt Wo sollen die Kinder jenen ihrer älteren sich verhauen sie sollen ihre älteren gehorsam sein und alle Dinge ihr Papa und Mame dort ist das erste Gebote in der Verhaltung haben wir blieben in Tänja waren wir befried sind wir blieben nach Tänja so was waren unsere älteren jenen Frau weil gehorsam und alle Dinge Mame und Papa ihr dort ein Gebot wird in Verhaltung haben ein Pfeisa saß du sagst uns du hast eine Verhaltung ein Versprechen um ein langer Leben Enoch dort und Gott gönnen wird wir wollten von dem schon dachten so viele Tänja die kommen an und in so jungen alle woran weil sie sind Mame und Papa nicht gehorsam sie nehmen dort fort sie nehmen Ringstoff und sie leben und sind noch ein Leben was die Eltern aufgesagt haben und viele viele kommen am do b wenn das Mame Papa gehorcht hat wenn das gehorsam wird gewasst dann haben sie nicht dürfen in so ein Schicksal kommen nicht wenn ein Oipo sich befriert in Tänja haben in Schof und dann haben ihre vierten dort die Wirtschaft und Druck waren und haben viermal Ohr bei der Kirchst und so wieder die fragen es hier was haben Knecht und Mägli ihren Herren und Frauen wo umfut dass sie in allen Dingen ihren leiblichen Herren und Frauen gehorsam sein sollen nicht allein im Dienst vor Augen als den Menschen zu gefallen sondern mit Einfältigung des Herzens und mit Gottes Feucht so werden sie von dem Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen so wir haben eine Verantwortung erreichen unsere Dinge zu tun die wir schuldig sind wofür wir uns ohne haben loben trü im Gewassenhof beständig pünktlich sein und in der Abwesenheit von dem Herrn von dem Wirt soll wir gehorsam in trü sein in unsere Arbeit tun und mit Gottes verrat tun dort wir wissen haben dort Gott ans Herres und dort wo wir verantwortlich sind wo dann geben Menschen Arbeit weil einmal sich Geld verdrängen kann und dort wir auch dort haben das waren die Welt und Reich und so wieder war das der Lohn der ab einen 3 und 9 folgt gute Schatzung meine Arbeit steht da war ich geschätzt meine Dinge unvertraut meine Verantwortung eine höhere Stufe und höchere Lohn und so wieder Gottes Verjaltung in Serien nun und das Leben aber Lothar noch das euer Leben wird hier eine Geschichte noch über unsere Tid erlaubt und nicht wir waren immer und der letzte Frau für diese Stunde der Acht Hände und der fragt uns wie müssen Herren und Frauen gegen ihre Gesinnung gesinnt sein so nicht denn heute wird das ober hand das krägt das hand wo sollen sie das ober jene ewig gesonnen sein weil einmal sagt sie sollen das trauen lassen denn auch ihr Herr ist im Himmel und bei ihm ist kein ansehen der Person so und wird sagt dass die wird und ganz wichtig von uns wird wie die ober nicht drohen wird Gott im Himmel ist er Gott Gott im Himmel ist uns Gott und wie Gott im Himmel hat du ansehende Person da merkt wie Gott kein Unterschied wo ich besitze oder Säuerfehler oder nicht wir merken das Unterschied wo mein Hort eingestellt ist weil dort Reich eingestellt ist wie in Geld haben Rektum haben dort gefft eine Pfutz machen nicht mit Geld kommen und fehl dann aber es man in hier vor dort man auch steht und das ist hier vor dort hat ein Ohrwärter dann was sein wenn ich war schmire Busia schoffen da war im Hüsch rief man naja und das Mann er war dort die früh ist vielleicht pregnant ist vielleicht krank oder die Kinder ist krank und er war dort die am Jent Haft gau ist nicht so einfach in Hüsch die phone und merkt er so so schwor wenn der Wirt an der weich drohen hat merkt ihr Familienleben einfach ganz ganz schwierig nicht sonst sagt das dauert nicht und ihr Herren tut auch dasselbe gegen sie und las das drohen wisst dass auch euer Herr im Himmel ist und bei ihm kein ansehender person ist so ein Wirt soll seine ohrwerder frendlich gesungen sein ein frend sein und ein gutes verhältnis sein mit diesen ohrwerder er noch mit ihm in geistlicher Hinsicht haben die Menschen fahren an dem Lohn geben den man traf er nicht so denken dass er mehr werden soll und dadurch mehr verdienen kann laufen in der städt rohen und wenn männlich mit arm nach taub eine ohrwerder tun im Heim an loden den taub haben so wieder woran will Gott als ein Gott für die ohrme heißt ein Gott für die rücke und beahm geftet kein ansehender person das ist wo wir diese lektion ist wir wollen hier einmal aufschlücken mit den gebären und gut freund dass ihr wollt den eigenen taub bei Jesus hat noch einmal Dankeschön Dankeschön für die Wut Dankeschön für alle die abschrieben haben wo wir uns von der rechten weiterleben und weiterhören und so habe ich einmal euer Leben betracht Dankeschön dass ihr die Möglichkeit hat gemerkt mit dem Leben wohn aber wir haben euch sein das ganz wichtig ist wie eure partner leuven und scharzen und verarmen und wir uns alle tun und in den Maut sein und den Segen genießen den du er reiht hast für die Linie wir freuen euch wieder am den göttlichen segnen Beistand in Jesu Namen Amen Dankeschön Gottes Segen Wieder Maitchen Tschünt